Wollen wir uns ein Video von Vollstrecker angucken? Ich hab das von mir letztens vorgeschlagen. Und zwar hat Vollstrecker ein Video gedreht mit Lisa. Ich weiß nicht, wer Lisa ist, aber Lisa hört sich für mich an wie eine Frau. Date, Vollstrecker. Wir gucken mal rein, wie er sich in der Frauenwelt schlägt. Let's fucking go, Chad. Schönes Auto. Schöne Hand. Unfassbar prächtiger. Also mächtige Hand auch irgendwie. Gefällt mir gut. Okay, das ist Lisa. Also herzlich willkommen zum neuen Video. Hinter mir sind jetzt zwei, eine Dame und ein junger Kerl. Wir fahren beide eine Simson. Und ich darf eine Simson fahren. Die sind von Sachsen jetzt gekommen. Die sind extra aus Sachsen gekommen? Die fahren dann, glaube ich, aufs BBM und dann haben sie gesagt, sie schauen mal kurz zu mir vorbei. Oh, ich darf jetzt... Alter! War Stein, dann auch hier Bike fahren, so wie es aussieht. Geht bei ihr das Licht nicht? Oder hat sie das Licht aus? Keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht. Warte. Alter! Hat der ein Wheelie gemacht? Augenkontakt? Winken stark? Annäherungsversuch? Ich habe mir Felix gesagt, ich soll mir auch die Schimmel holen. Deswegen darf ich heute, ich glaube... Geil, Digga. Die Schimmel, da ich fahren von der lieben Lisa. Ich blende hier mal das Insta... Jetzt schon besser als deine Videos. Das ist eine Lüge. Keine von ihr. Genau. Winken ist der erste Schritt zum Sex, sage ich immer. Äh, ja. Und dann schaue ich mal, wenn es mir gefällt, dann hole ich mir auch eine. Ich habe hier keine Fußraste drauf, aber er hat welche drauf. Er? Ich dachte, das ist eine Frau. Doch. Auf der anderen Seite hat sie einen drauf. Dann hat sie einen verloren. Alter. Jo, fast in die Leitplanke gefahren. Der flirtet besser als du. Junge, der hat noch nicht mal mit der geredet, Digga. Wie kannst du jetzt hier sagen, dass der besser als ich flirtet? Wenn du noch nicht ein Wort mit ihr gewechselt. Also, ich finde, eine Simmel steht hier richtig. Also. Mhm, gefällt ihm. Die Simson. Er hat schnell gelernt, dass Frauen in den V. Ideos Klicks machen, von wem er das wohl hat. Inscore 21. Das ist irgendwie putzig, so wie sie drauf sitzt. Ja, da findet sie süß. Weil sie auch nicht wirklich groß ist, sie irgendwie. Mhm. Schau mal, wie es bei mir aussieht. Ich wollte natürlich wieder vollkommen, weil ich, der Y-Slan, ich habe sie abgeholt, nämlich. Weil ich war beim Service. Das sind halt einfach geile Zweitakter. Jetzt aber die Knackpunktfrage, Chad. Denkt ihr, das ist der Freund von Lisa? Ist es gerade hier ein drittes Ratspiel, was wir hier spielen? Ist es der Boyfriend von ihr oder was? Denkt ihr, das ist der Freund und Vollstrecker gibt einfach einen Fuck drauf und versucht sich trotzdem an sie ranzuschmeißen? Oh, die riechen auch noch so gut. Okay, das ist jetzt das Motorrad von Lisa. Gutes Lied. Vollstrecker ist im Stream. Vollstrecker, wenn du hier bist, hat Lisa einen Freund oder ist sie Single? Hau raus. Ganz nach unten oder einmal? So. Nee, hinten runter. So? Okay, und jetzt nur runter oder was? Ja, ganz so von oben. Schock oder so nicht? Ist egal. Wichtig, dass sie gleich anspringt. Wheelie. Okay, er fährt jetzt direkt los. Er redet gar nicht mit ihr. Er macht den Arroganten ein bisschen, Shirt. Merkt ihr? Merkt ihr das? Er macht ein bisschen Arroganten. Er gibt ihr das Gefühl, ich muss gar nicht mit ihr reden, wenn ich nicht will. Geil, ich fahre eine Simmel jetzt heute. Boah, die bockt sich halt schon übel. Wann geließe, dass du mir deine Simmel anvertraust? Also ich finde die schon richtig geil. Und der Sound auch noch. Vollstrecker, danke für den Zweier. Ich finde es auch putzig, wie du auf dem Motorrad sitzt. Wenn du magst, zeige ich dir mal, wie man richtig mit Frauen flirtet. Freue mich schon auf dein Glow-Up. Dann kannst du dich auch mal an Videos mit Frauen trauen, Papa. Das war dich der echte Vollstrecker. Das ist eine Lüge. Die brüllen halt auch irgendwie richtig. Ui, wie es verfehlt gerade. Wie findet ihr Simson-Chat? Simson ist cool. Mag ich. Aber alles easy geht schon. Bisschen ungewohnt vom Schalten her, aber sonst passt da alles. Bin ich schon mal eine Simson gefahren? Ich glaube schon, oder? Alter, die marschiert ja ganz schön. Danke. Die Simson-Chat war das nicht. Was? Also auf dem ersten Ding macht es voll Spaß. Was war? Es kickt irgendwie gerade richtig rein. Das ist am Fuß, weil mich die hintere Bremse, würde mich ein bisschen stören, aber das... Weil es so klein ist, aber es geht ja alles easy. Man dran gewöhnt sich halt auch dran. Okay, ich skipp mal vor. Ich will flirten. Oh, hier, Chat. Ich will es flirten sehen. Jetzt geht es los, Chat. Drückt die Däumchen für Vollstrecker. Du musst die Gänge richtig ausfahren und dann schalten. Okay. Ach so. Ja. Zwei Takt da. Also wirklich richtig ausfahren, bis die aufholt und dann schaltst du. Ach so, jetzt. Sagst du mal richtig hier losfeuern. Deswegen nicht. Das ist ungewöhnt jetzt irgendwie. Okay, so ganz, weißt du. Ja. Okay. Sie macht ihm direkt eine Ansage, Chat. Was würden wir ihm jetzt raten? Was hätte er machen sollen? Er hätte sagen sollen. Nein. Äh. Nein. Lass mich. So, und dann einfach wegfahren, oder? Eins, wenn er das machen hätte sollen, ja. Dominanz zeigen. T-Shirt ausziehen, auf die Brust hauen und schreien. Lass mich. Und dann wegfahren. Dann geht's. Kommt die später. Kommt die spät. Und damit hat er nicht das Motorrad gemeint. Außer wenn Lisa, Lisa ist wahrscheinlich minderjährig richtig. Wie alt wird Lisa sein? Ähm, er hat das Motorrad gemeint. Das Motorrad hat er gemeint. Du bist immer ein Stück vor und zurück, Freunde. Dann geht er besser rein. Du bist bestimmt noch drei oder vier. Neutral? Ach, jetzt doch. Warte mal. Meint ihr, er ist gerade aufgeregt, Chat? Kann das sein? Meint ihr, er ist aufgeregt? Oh, sieht aber stabil aus. Alter. Nice, Mui. Der Typ ist einfach so eine Legende. Mein Gott. Guter Klang, aber gefällt mir. Nochmal ein bisschen Bike-Porn. Danke. Geil, geil. Schönes Motorrad. Gefällt mir gut. Werden ihr noch Flirtversuche gestartet an Lisa? Hier vielleicht? Danke, Lisa. Also ich bin jetzt diese, sind wir von der lieben Lisa gefahren. Danke, dass du mir anvertraut hast. Ähm, hab einfach geschaut, ob es mir gefällt vom Fahren her und so. Weil voll viele schreiben, ich soll mir auch eine holen. Und ob es mir Spaß gemacht hat. Es hat mir echt Spaß gemacht. Und ich überlege es mir jetzt und vielleicht hole ich mir im Winter auch eine noch. Weil Vollstrecker reich ist. Und das will er hier gerade ganz deutlich machen, den Standpunkt. Er will sagen, hey, Schätzchen, ich bin ein guter Fang. Wenn du mich nimmst, finanzielle Freiheit, wir kaufen uns die Welt. Was kostet die Welt? Danke. Bitteschön. Schön, euch kennengelernt zu haben auch. Gerne, gerne. Und vielleicht sieht man sich bald mal wieder. Süß aber. Also, wir fahren jetzt nochmal zurück zu Allgut. Und dann packen wir die Sachen ein. Ja, okay. Ich glaube, das war es jetzt mit dem Flirten. Das war es jetzt mit dem Flirten, glaube ich. Von 1 bis 10, wie gut hat sich Vollstrecker in dem Video geschlagen. Ich muss sagen, Vollstrecker, wenn du das hier siehst, konfrontativer sein. Mehr drauf. Verstehst du? Das Thema war ein bisschen zu viel Motorrad, die Simson. Das Thema hätte Lisa sein müssen, Vollstrecker. Mehr Angriff. Trotzdem, ein sehr süßes Video, Shoutout an Vollstrecker. Lisa ist eine gute, glaube ich. Das Thema war ein bisschen zu viel. Das Thema war es jetzt. Das Thema war es jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018